Das weiß jeder. Früher war alles billiger. Die Butter, die Eier, der Speck und die Wurst. Kurz alles. Und jetzt passen Sie auf. Für eine Woche stimmt das alles nicht mehr. Morgen am langen Sonnabend im Sommerschlussverkauf bei Pelzlöscher erleben Sie Preise wie in den guten alten Zeiten. Zum Beispiel Kalajos-Mäntel 998 Mark. Standard-Nerds-Mäntel 1498 Mark. Persianer-Jacken 350 Mark. Persianer-Mäntel 698 Mark. Standard-Nerds-Jacken 998 Mark. Spitz-Nutria-Mäntel 998 Mark. Pelz-Mäntel ab 399, Pelz-Jacken ab 199 Mark. Das ist der Beweis. Preise wie in den guten alten Zeiten. Pelzlöscher am Kurfürstendamm 220.